ja hallo guten tag und herzlich willkommen zur zweiten folge im hause bolmeier arex wir haben uns zwei andere themen vorgenommen vorhin ging es mir um die laufbahn von nadine im sport und leider das ende von bad rieburg in der folge habe ich mir vorgenommen weniger zu reden und deswegen darf ich Ihnen direkt mal erzählen als du am ende der jugendzeit war es kam irgendwann die frage was mache ich mache ich schnell eine ausbildung mache ich überhaupt eine ausbildung werde ich profi werde ich nicht wie war das und warum hast du diese entscheidungen getroffen ja wir haben in der ersten folge schon über meinen deutschen meisterschaftstitel in der jugend gesprochen dass ich wirklich am ende der jugendzeit doch sehr erfolgreich war auch international und ich das dann ausprobieren wollte wie das ist zwei jahre nach meinem abitur dann professionell tischtennis zu spielen und da gab es die möglichkeit in die sportfördergruppe zu gehen das wurde mir angeboten das habe ich angenommen und habe dann zwei jahre lang professionell tischtennis gespielt mit der sportfördergruppe bist du natürlich finanziell auch so ein bisschen abgesichert im darmentischtennis davon zu leben ist schwieriger also ohne dass du jetzt jemanden verrät was du jemals verdient hast im hintergedanken für viele junge spielerinnen die einen ähnlichen weg machen was würdest du denken was würdest du empfehlen wenn ich eine junge spielerin werde und ich fragen würde Nadine du warst so lange dabei was soll ich machen ich bin in europa bei den jugendlichen mit vorne dabei kannst du mir einen rat geben was würdest du sagen das ist eine schwierige frage es kommt drauf an wenn man wirklich den sprung in die spitze vielleicht auch die internationale oder europäische spitze schafft dann kann man schon mal für ein paar jahre das ja oder den leistungssport fokussieren und auch gut davon leben man darf natürlich nicht die zeit danach aus den augen verlieren also es muss man muss einfach weiterdenken und gucken was mache ich nach meiner tischtenniskarriere und dass man dann irgendwann das würde ich jungen spieler und spielerinnen raten dass man da ein zweites standbein hat ja ich denke auch dass das ganz wichtig ist eine duale karriere zu verfolgen und nicht nur auf die eine sache zu legen nicht nur den profisport zu machen unabhängig davon und das tischtennis ist weil außer misserfolg kann es natürlich auch mal eine verletzung oder irgendetwas geben was dann erfolg auch verhindert oder corona wie ist denn dein weg weiter gegangen was machst du denn heute also ich habe dann nach der sportförderung weil ich gemerkt habe nur tischtennis spielen das fühlt mich nicht so wirklich aus ich brauchte auch was nebenbei habe ich angefangen sport zu studieren das lag jetzt auch relativ nah weil ich das einfach auch ich mochte auch andere sportarten habe dann einen abschluss in der sportwissenschaft also bin offiziell diplom sportwissenschaftlerin mit dem schwerpunkt rehabilitationsprävention und habe dann beim gesundheitsamt angefangen und betreue projekte zu kinder und jugend gesundheitsförderung genau seit 2008 also wenn ich das mal so persönlich bewerten darf finde ich dass das etwas ist wo man ganz schön stolz drauf sein kann mit so viel sportlichen erfolg so viele medaillen ein studium noch abgeschlossen zu haben mittlerweile bist du mutter kann man ja auch mal sagen immer noch auf einem sehr sehr hohen niveau zu spielen du bist die beste spielerin in nordrhein-westfalen stand jetzt laut titel an titel gemessen jetzt arbeitest du beim gesundheitsamt und dann schrillen natürlich auch so ein bisschen die glocken jetzt haben wir corona vielleicht mal an alle tischtennisspieler gerichtet die jetzt gerne tischtennisspielen wollen und die ganzen hygieneverordnungen haben und abstandsregeln die sollen nicht schikane sein die sind wichtig einzuhalten ich drücke allen vereinen und allen spielern die daumen dass die möglichkeit gegeben werden dass ihr tischtennisspieler wieder in die halle kommt und vielleicht kann ihn nadine als beraterin eines gesundheitsamtes leider noch mal kurz darlegen warum das einfach alles wichtig ist dass man das einhält und das nicht so auf die leichte schulter hält hast du da einen rat für alle tischtennisspieler in nordrhein-westfalen ganz deutschland oder vielleicht sogar überall bei dem virus möchten wir möglichst schnell wieder loswerden ja also erstmal ist durch die jetzigen lockerungen natürlich erst mal wieder möglich tischtennis zu spielen in einem gewissen rahmen ja dass die vereine öffnen dürfen oder auch das wttv-training bald wieder starten kann das ist erstmal gut aber es ist super wichtig die hygienemaßnahmen zu befolgen das heißt wirklich regelmäßiges händewaschen vor dem training nach dem training abstand halten ganz ganz wichtig so wie wir jetzt und ja und generell sich immer bewusst werden man könnte oder sich bewusst machen man könnte jederzeit selbst betroffen sein ja positiv sein und den würde ich dann alles anstecken ja also wenn man sich das vorstellt dann dann hält man glaube ich automatisch einfach ein bisschen mehr abstand und tischtennis ist zum glück eine sportart wo es keinen körperkontakt gibt keine kontaktsportart also man kann sich eingrenzen mit bellen man kann abstand halten doppelt muss man dann eben auch einmal einfach nicht spielen sondern kann ja eins gegen eins ganz normal trainieren und da dürfen wir uns glücklich schätzen dass wir das können und diese chance sollten wir nicht verspielen vielen dank ich hoffe ihr habt alle gut zugehört vielen dank nadine fürs interview ich habe mich super gefreut dass du dir die zeit genommen hast dass ich sogar eingeladen war und noch was zu essen bekommen habe vielen dank bärth dass du für die schönen bilder und ton gesorgt hast ja ich wünsche euch nicht allen bleibt gesund bleibt von dem virus verschont habt viel spaß egal wie mühsam es ist ihr liebt tischtennis und dann drückt mal ein auge zu dass er vielleicht nicht alle leute abklatschen können denkt ans händewaschen alles was man ihnen gesagt hat alles was ihr lest ihr kennt mittlerweile alles haltet euch einfach dran je besser wir das alle hinkriegen desto schneller sind wir in der normalität wieder ich wünsche euch das viel erfolg euer stefan schulde kellinghaus